Portion Guillotine noch einer! Messer! Du bist dran! wir kommen, ey, müssen wir jetzt was schaffen hier komm, du gehst vor komm, du gehst vor komm, du gehst vor was ist los, ich seh nix, alter! ey, ich seh überhaupt nix! was ist denn los? schieße! scheiße! ich grauch hier lang, ey, wie so ne Eidechse ist wieder nicht lang scheint sicher betroffen? weiß ich noch nicht mal alder, falder denn genau weg gewixt Hallo, willst du nähen? Achso. Schmeiß mal was da hin. Schmeiß mal was da hin. Ich dachte, das ist ein Gegner. Alter! Ja, du? Ihr habt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, kommt los. Okay. Hoch. Was hat der denn? Zugang zum Tresor. Oh, da gibt es bestimmt Geld. Ne, ich glaube, die waren schon bei Tresor. Hier sind die ganzen Postfächer. Oh, Geld! Ey. Hä? Ey, guck mal, das Geld kriegt Löcher. Oh, 20 Meter runter. Puh. 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 Lass es sein, vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Mit, wo seid ihr hin? Ah, hier. Na, ich guck doch zimmer. Blackburn, gut gemacht. Hier war ne Waffe. Hier war eben ne Waffe. Blackbewegung. Ach, was haben wir denn hier? Noch ne Schrot? Das ist ne richtige Schrot. So. Nehme mal hier. So. Ja, jetzt Maul. Das ist... Das ist dieselbe. So eine? So eine. Aha. Oh, die. Okay. Kommen ja schon. Bin auf dem Weg. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich höre auf dem Wasser. Gute Stimme sein. Huja. Hui. Kann ich auch nach oben gucken? Nö. Ist mir doof. Blackburn, halt ne Blendgranate bereit. Bäh. Scheiße. Scheiße. Meine Freunde. Ich hab nur noch einen Schuss. In meiner Schrot. Zumindest. Au, 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 au. 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 Au, 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 au. Die großen Verdeckung hier. Ich schmeiß mal was. Wie kann der mich treffen? Blöde Arsch. Ey, wieso trefft ihr ihn nicht? Zacki, zacki. In meinen Sacki. Ab in den Zilf. Was macht der da? Volle Deckung! Wir sichern! Wir sichern! So. Waschen Teufel ist das? Ups. Der ist offen. Fels! Wir müssen die Tür aufkriegen. Du Scheiße, ist die Schmerz. Ich geh rein. Oh, fuck! Willst du deinen Computer kaputt machen, warsch? Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Schein, wollten Sie zerstören? Nein, kommt doch. Da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt es Karten von Paris, New York. Und auf einem Zufahrplan steht. Sechs Uhr zwei. Heilige Scheiße. Ich bin hier rüber. Okay. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Jo. Scheiße. Fuck. Was ist das? Eine Bumme? Russische. Wir essen nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen? Weiden. Hey, das müsst ihr euch ansehen. Da. Scheiße. Das ist aber schier. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein. Keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Missfit 1-3. Geht wir um Missfit, dich höher. Missfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Missfit 1-3. Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Nuklearbombe. Atombombe. Was ist das? Genossen. Genossen. Genosse, Genosse, Genosse. Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesät? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nach Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei war. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem kein Konzertkarten. Was ist mit den anderen? Hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris. Sie haben verstanden. Wer hat das nicht verhindert? Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher Russisches Westnaz. Wimpel-Einheit. Dimitri Dima Mayakovsky. Genau der Typ von Soldaten, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sag ich Sie. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Schultz. Dima. Wer ist denn Dima jetzt schon wieder? Dima natürlich ist der Amerikaner, der heute schon vor dem Meer. Äh, 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 Russen? Auf jeden Fall ne Waffe. Äh, 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 äh. Das gefällt mir irgendwie nicht. Hier, ihr seid doch nicht mal angeschnallt, Kollegen. Ihr habt ja nicht mal nen Gurt, oder? Doch. Aber... Leute, anschnallen, ja? So nicht. Ich mach da mal Radio an. Ihr habt schon Audio-Radio, jetzt macht's auch an. Ich mach mal nen... MP3-CD ein und dann... Rock... Rock ab die Bude hier. Du musst die ganze Stadt müssen hören. Ich bin Dima. wenn wir in der Nähe sind. Hier sind wir, wir sind. Hier sind wir bereit. Ich bin bereit, dass wir in den Jäden nicht schreien können. Wir können die Energie verabschieden. Alle sind bereit? Los geht's, los geht's. 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 Was ist mit dem hier? Der scheint tot. Wir drücken mal das Knöpfchen. Oder nicht. Wir machen einfach den Strom aus. Okay. Wir sind陣. Wir sind die, die die. Wir nehmen den Nashville. Wir nehmen den Importen. Das ist die Regen. Die die K Dazu jetzt N Кat bis der Gchwung glasses. Die Hütte Hände Hände Amanp Parents. 韩 Wir sind gut. Tönnier Anpackung das Netz wie Kato für Kroken. Wir können niemals Amplett sein, Vielen Dank.